Hallo meine liebe Laserratten da draußen! Ja heute möchte ich euch von Robert Arthur die drei Fragezeichen und die silberne Spinne vorstellen. Das ganze ist ja im Franziskosmos Verlag erschienen und hat von mir 2,5 Sterne bekommen. Ja es war ein bisschen so ein schwacher Drei-Frage-Zeichen-Band, aber ihr kennt es ja bei den Älteren ist das eben so. In die drei Fragezeichen und die silberne Spinne geht es darum, dass die drei Jungs einen jungen Mann kennenlernen, der aus Magnusstadt kommt und der eben sagt, dass da irgendjemand eine Verschwörung gegen ihn hat und gegen gegen ihn, gegen Magnusstadt und überhaupt gegen die Firma in Magnusstadt ist, die er übernehmen soll und er bittet die drei Fragezeichen nach einem turbulenten Beginn zu ihm zu kommen und doch ja eben unter Undercover-Mission unterwegs zu sein und eben zu gucken was eben da los ist. Ja und es heißt ja diese und die silberne Spinne, es geht in Magnusstadt halt auch rum, dass eine silberne Spinne, ähm, wie war das denn hier? Es ist halt auch auf jeden Fall so, ähm, Moment. Plötzlich ist die legendäre, äh, der eine silberne Spinne, die für Lars und ganz Magnusstadt eine besondere Bedeutung hat in ihrem Zimmer. Also es ist so, dass auf einmal diese bedeutendste silberne Spinne für Magnusstadt und eben auch für Lars bei den drei Fragezeichen in, äh, in einem Zimmer gelandet ist und ja, ob das jetzt wirklich ein Imitat ist, ob das jetzt wirklich die silberne Spinne ist oder, ähm, wer da nun jetzt, ja, für verantwortlich ist, müsst ihr natürlich hier nachlesen. Ja, wie gesagt, die Spinne ist ja ein älteres Buch. Das ist ja auch eins der, okay, das hat nicht so viele Seiten wie eigentlich eines der älteren Bücher, sonst haben die immer um die 144 Seiten. Das hat hier knapp 122, 23 Seiten. Äh, ja, ich fand's eigentlich interessant, weil es ist wirklich einer der älteren drei Fragezeichen-Geschichten. Die sollte, glaub ich, sogar verfilmt werden, aber haben sie dann doch nicht gemacht und von daher, ja. Ja, zu sehr über eine Spinne will ich und kann hier wohl leider nicht mehr viel zu sagen, außer, äh, es hat mir wieder Spaß gemacht, eins der älteren Bücher zu lesen. Ja, meine Lieben, es ist halt auch wieder sehr schwierig, zu einem 120 Seitenbuch viel zu sagen, das wisst ihr ja. Also, bis demnächst. Tschaui!